herzlich willkommen zu einem neuen shop video es gibt wieder neuen skin und zwar die sternbooten heute es gab ja vor kurzem schon mal den träumerskin passend zu starry suburbs dieser skin passt ja auch so ein bisschen in dieses traumschema dementsprechend im prinzip die weibliche version davon weil ja im prinzip der stern eher als männlich gesehen wird oder zumindest hätte ich ihn als männlichen skin gesehen der skin an sich ein blauer skin backpack eher weiblicher mit viel rosa und so sieht aber trotzdem ganz nett aus kann man sich auf jeden fall kaufen dann noch der kristall skin sieht auch ganz heiß aus dazu dann noch der bronto ein blauer dino skin der anderen beiden dino fans als rex und dann der weibliche rote dino sind ja beide liegen der und dafür dass das im prinzip ziemlich ähnlich aussieht zu den anderen skins lohnt sich auf jeden fall wenn man da 800 wachs weniger ausgeben muss dann gibt es auch noch den pterodactylos dazu ein nice gleiter wobei auch ziemlich groß ist wenn man sich das mal so anguckt passt nicht nur ganz in die vorzeigefläche dann gibt es dazu noch die kräftiger bis spitzhacke ist ziemlich teuer 1200 wie wachs für eine relativ normale spitzhacke finde ich müssen zu teuer dann ist auch noch die beast schützen aus dem beast team set schlicht in schwarz gehalten der männliche die männliche variante davon ebenfalls ziemlich ähnlich dann robo randala auch alles in schwarz wobei die spitzhacke eigentlich ganz cool aussieht und dann gibt es noch die freestylerin mit zwei verschiedenen stilen einmal weiß und einmal grün bzw weiß grün und einmal lila lila blau sieht ganz nice aus das kind auch hinten mit dem backpack das auch wieder zwei verschiedene stile hat einmal grün und einmal standard also pink das ganze ist reaktiv ich glaube sogar beide sachen genau beide sind reaktiv die leuchten wahrscheinlich nach einer zeit hier im backpack sieht man es ja nach vorschau hier beim skin an sich sieht man sich ganz so wo sich dann rein verwandelt dann gibt es auch noch den scorpion skin finde ich nicht ganz so gut wobei er trotzdem ganz nett aussieht für 800 wie bugs auf jeden fall auch vollkommen in ordnung dann noch als grüne mode so fertig grüne mode immer so ja nicht viel dran allerdings immer auch ziemlich günstig dementsprechend musste jeder selbst überlegen bei träume füßt die mode meister rhythmus in letzter zeit ist ja so dass eigentlich die wo früher die mode früher 800 wie bugs gekostet hätten kosten jetzt hier mittlerweile eigentlich noch 500 wie bugs deshalb ja es ist schon ziemlich nice was man dafür bekommt für den preis dann gibt es noch die tropen schnitt spitzhacke finde ich sie ziemlich cool aus schön schlicht schwarz galt mit den schönen silbernen klingen hier sieht auf jeden fall nice aus und als es noch die eiszapfen spitzhacke die rein theoretisch nice aussieht wenn man höhere effekte glaube ich hat und dann leuchtet die nämlich auch vernünftig weiß nicht ob man so besser sehen kann ja so sieht man es auf jeden fall besser genau so sieht es cool aus mit den ganzen eis splittern hier und dem hier diesen kleinen schneeflocken die da im prinzip runterfallen sieht das so auf jeden fall besser aus als wenn man immer keine effekte an hat beziehungsweise niedriger qualität worauf ich ja immer spieler mit mehr fps hat so sieht das jemand nicht mal ganz cool aus trotzdem als spitzhacke kann man sich auf jeden fall auch kaufen das was mit dem heutigen shop video ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten video ciao